Musik Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden leer angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist auf Norden unterwegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften mehr zehnmal. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee fährst du! Dann entlösen wir die Westfront. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetrunscht. Ich habe heute einen Fall klar so witz ausgegeben. Aus! Das war ein Perfell! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Jeder hat mir verlogen, sodass es ist. Der Fall ist in der Fall. Wie stark ist das? Wo ist das? Das heißt, Sie können Fegeler nicht finden. Entschuchen Sie nicht! Manführer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebenschuss. We near the rendezvous site. Brother Timothy, wait here. These heathen are without morals and should therefore be treated with caution. Das ist was, brother. You backstabbing fools, you won't get away with this. Holen Sie mir, Fegelein! Das reicht! Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Die Stadt, Feindjäger, verheißen Versager! Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Königerei, das ist doch geschmeißenes Dungeonfallkrist. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Breiden Sie mir, Fegelein! Aufreien! Aufreien! Auf dir! Aufreien! 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 Aufreien!